Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Zuschauer Kino Ich befinde mich jetzt hier nicht vor meinem Greenskin, sondern im Cinetech Kino Ich hoffe, dass man im Hintergrund nicht so viel von den Boxen hört oder von ähnlichem, was man hier auch hört und zwar läufiger DSDS und ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Informationen kriegen Wie hat euch der Film gefallen? Super, wir haben so lange auf die Kurzsitzung gewartet, aber es kommt wahrscheinlich mit dem dritten Teil raus Also ihr habt den ersten Teil auf jeden Fall gesehen? Ja, mirmals Und wolltet ihr auch jetzt die dritte Teil auf jeden Fall gucken? Auf jeden Fall Was hat euch überzeugt? Ja, ist einfach gut gemacht, ne? Alles klar, super, danke schön Oh, ja Ja, sehr gut Wollen wir den Film weiterempfehlen? Ja, gerne Ja, super Gut, danke, das war's schon Ihr habt Stromberg hat geguckt Ja Wie hat euch der Film gefallen? Sehr gut Sehr gut Überrascht Hättest du nicht erwartet? Die Serie finde ich persönlich nicht so gut, aber der Film war echt nett Wenn eine Fortsetzung kommen würde, würdest du dir die angucken? Auf jeden Fall Und würdest du den Film auch weiterempfehlen jetzt? Oder wirst du den Film weiterempfehlen? Äh, möglicherweise Möglicherweise? Ja Also bist du dir noch nicht sicher? Doch Natürlich, ich bin mich eher danach fragt War der gut? Ähm, nein, nein, ich mach den jetzt nicht so gut Also nicht so überzeugt? Ne Auch die Serie nie geguckt? Ne, die hab ich nie geguckt Also würden sie auch noch eher nicht weiter empfehlen? Ne Gut Nur ganz kurz Wie hat ihnen der Film gefallen? Ja, super Kennen sie die Serie denn vorher? Haben die die geguckt? Ja Und fanden sie ihn auch super? Ja, klar Ein leichter Fan Ja, das ist doch super Würden sie den Film weiterempfehlen? Ja, auf alle Fälle Ja? Ja gut, das war's schon Ja, das war ja Außer sie wollen noch irgendwas loswerden? Wollen sie noch irgendwas über den Film loswerden? Nein Äh, äh Wissen müssen wir das eigentlich sehen Jemals eigentlich Toller Film Toller Film Super, dankeschön Tschüss So, das war's jetzt aber auch wirklich mit den, äh Zuschauerkino diese Woche Leider nur eine Bewertung habe ich bekommen zu 300 Rise of an Empire Eine Bewertung habe ich bekommen zu dem Film Vaterfreuden 100 Paar Bewertungen zu dem Stromberg Film Ich fänd's toll, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet Wenn ich das Ganze nochmal mache Und ihr könnt auch gerne hier vorbeikommen, Samstagsabend Bin ich nach der Hauptvorstellung im Scenio Tech Reine Und frage euch ein bisschen aus Bis dann Leute, ciao Ja Ja Ja